Wie machst du eigentlich deine Kalkulationen als Handwerker? Worauf musst du achten? Welche Bereiche solltest du mit drin haben? Und welche Fehler darfst du auf keinen Fall machen? Ja, bin ich zu teuer? Bin ich zu günstig? Passt mein Preis, den ich beim Kunden aktuell nehme? Das ist eine Sache, die sich viele gerade fragen. Und die Herausforderung ist, dass es, ja, es gibt Grundlagen, es gibt BWL-Grundlagen, wie sollte eine Kalkulation aussehen? Nur darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern es soll einfach um einen ganz gesunden Menschenverstand gehen, wie wir persönlich darauf schauen, wie wir mit Partnern immer drauf schauen. Und dann halt eine vernünftige Kalkulation machen. Also erstmal hast du in der Kalkulation einfach verschiedene Bereiche, die du letztendlich abdenken musst. Du hast erstmal die Kosten, die fix für den Auftrag halt entstehen. Das sind die Stundenlöhne der Mitarbeiter. Das ist natürlich auch das Thema Material, was da einfach entsteht. Und dann kommt auch der zweite Part quasi drauf. Das sind alles Kosten, die noch dazukommen, die sich auf alle Aufträge aufteilen. Zum Beispiel die Abschreibung der Autos, zum Beispiel das Büro, zum Beispiel die Mitarbeiter in dem Büro sitzen, wo du die Stunden jetzt vielleicht nicht einzeln auf den Auftrag kalkulieren kannst. Das kannst du irgendwie schon machen. Oder du sagst, okay, ich habe da so einen Gesamtblock, der da mit drin ist. Und das wird schon jetzt ein bisschen komplexer, weil logischerweise diese Verteilung der Kosten ändert sich natürlich mit der Auftragsanzahl. Bedeutet, wenn ich sage, ich habe einfach mal 10.000 Euro Allgemeinkosten im Monat, für Miete, für meinen Büromitarbeiter, für mich ist noch zwei, drei Autos, so habe ich 10.000 Euro Kosten. Und jetzt mache ich im Monat 20 Aufträge, dann kann ich anders kalkulieren, dann habe ich quasi 500 Euro pro Auftrag, die ich einkalkulieren müsste. Wenn ich nur 10 mache, muss ich 1.000 einkalkulieren. Das heißt, je weniger Aufträge, desto mehr für diesen Kosten fallen pro Auftrag an. Dazu kommt natürlich noch eine andere Geschichte, die man einkalkulieren muss, ist der Gewinn. Das ist auch klar. Und eine Sache, die viele nicht einkalkulieren, ist Fehler, die passieren. Viele gehen davon aus, es läuft immer alles fehlerfrei, kalkulieren immer so, dass es fehlerfrei läuft. Es läuft dann aber gar nicht fehlerfrei und entsprechend geht da was vom Gewinn verloren. Deswegen kalkulieren sich die meisten, die sagen, ja, ich kalkuliere mit 20, 30 Prozent. Wenn man wirklich mal guckt, wenn man wirklich mal in den BWA reinschaut, dann sind die bei 5. Da sieht man schon, da sind ein paar Fehler passiert. Da reicht ja, wenn jeder dritte, vierte Auftrag, wo ein bisschen was schief läuft, dann ist ganz schnell die Marge weggefressen. Und das sind alles Themen, die du am Anfang bedenken musst einfach. Und ich finde immer, die Frage so rumzustellen, was könnte sich der Kunde leisten, ist die falsche Frage. Die Frage ist, wofür bin ich bereit, den Job zu machen? Wo verdiene ich noch Geld mit? Und wofür finde ich den Kunden, der das bezahlen kann? Und was muss ich dem bieten? Das finde ich, ist die richtigere Frage. Das heißt, anhand dessen, was ich mir vorstelle, kalkulatorisch, den Kunden auszuwählen. Nicht zu sagen, ich habe hier jetzt die Kunden, die fragen an, die können es aber alle nicht leisten. Deswegen bin ich mit dem Preis runtergegangen. Deswegen bin ich jetzt im Billigsegment unterwegs. Oder deswegen bin ich nicht viel teurer als die anderen oder bin ich überhaupt nicht teurer als die anderen. Ja, es ist halt auch eine Frage der Vermarktung beziehungsweise von dem, was du eben schon gesagt hast, von der Vergangenheit. Wenn du sozusagen in der Vergangenheit Kunden angezogen hast, die halt weniger Budget haben und die dann weniger sich leisten können, dann hast du natürlich dementsprechend auch so mental die Vorstellung, okay, ich muss runtergehen mit den Preisen. Wenn du aber in der Lage bist, deine Dienstleistung auch höhepreisig anzubieten beziehungsweise auch weißt, wie du an Leute kommst, die auch mehr Budget ausgeben können, die das auch gerne machen, dann kannst du natürlich auch eine ganz andere Preise abrufen und auch eine ganz andere Kalkulation dann eben machen. Das wollte ich noch dazu gesagt haben. Ja, es ist halt wichtig, weil diese Denkweise zu sagen, ich passe meine Preise dem Markt an, ist eine Denkweise, die dich reagieren lässt. Du bist reaktiv. Und du willst aber eigentlich als Unternehmer proaktiv sein, weil du willst als Unternehmer so schaffen, wie du dir das vorstellst und nicht so, wie es der Markt gerade gestattet. Und wenn der Markt im nächsten Monat ein bisschen runtergeht, gehen deine Preise auch runter. Das funktioniert ja, ja, es geht in der Realität, aber es funktioniert ja zumindest nicht, wenn dein Ziel ist, dass du ein möglichst lukratives Unternehmen am Ende aufbaust. Jetzt mal ganz praktisch gedacht. Ich würde mich im ersten Schritt überlegen, was ist die Anzahl an Kunden, die ich den Monat mindestens machen möchte. Sagen wir, du sagst, diesen Monat möchte ich mindestens 10 Kunden gewinnen. Dann ist deine Kalkulation so, du sagst, du hast deine Materialkosten, die sind relativ fest verhandelt mit dem Hersteller normalerweise. Du hast da noch deine Stundenlöhne beziehungsweise, du musst natürlich noch einkalkulieren, deinen Stundensatz, den du am Ende nimmst. Und du wirst überrascht, deine Stundenverrechnungssätze sind teilweise wirklich riesig unterschiedlich. Also das geht von 40 Euro los bis hin zu 80, 90 Euro für das gleiche Gewerk und die gleiche Qualifikation. Da ist ganz viel Marketing auch dahinter, wie ich meine Leute am Ende verkaufe, was ich noch für einen Zusatz-Service mitbringe. Das heißt, wir sagen, wir haben jetzt die 10 Aufträge uns da geeinigt. Das heißt, wir haben für den Auftrag, für jeden Auftrag bei 10.000 Euro Fixkosten im Monat haben, schon mal gesagt, also ohne jetzt die Gehälter für die Monteure, die werden die Erstrichenverrechnungssätze eingerechnet, habe ich schon mal meine 1.000 Euro, die ich bei jedem Auftrag mal nehmen muss, plus Material, plus Stundensätze der Monteure, die ich dafür brauche. Und dann kalkuliere ich mir, und das musst du selber wissen, kalkuliere ich mir nochmal eine Fehlerquote mit ein. Sagen wir, du hast immer 20% teurer, als du denkst. Dann musst du halt die 20% jetzt draufrechnen. Und dann rechnest du noch den Gewinn drauf. Ja. Und dann kommst du am Ende auf eine Summe, wie hoch immer die ist. Es können dann 10, 12, 15, 16.000 Euro sein. Und wenn du jetzt feststellst, hey, am Ende des Monats, du hast doch 15 Aufträge gemacht, dann hast du halt 5 mal 1.000 Euro einfach noch mehr in der Tasche, weil du hast 5 Aufträge quasi noch zusätzlich gemacht, wo du trotzdem deine Fixkosten einkalkuliert hast. Auf der anderen Seite kannst du dann auch sagen, das machen auch einige, die sagen, okay, wenn ich die ersten Aufträge jetzt so gemacht habe und mir das einkalkuliert habe, passt das. Und wenn ich dann aber jetzt noch ein paar Aufträge habe, die ich gerne haben möchte, dann brauche ich ja die 1.000 nicht noch mal einkalkulieren. Kann man auch machen, wird aber relativ schnell unsauber. Also meine Empfehlung ist schon immer, gerade aus der Erfahrung der letzten Monate vielleicht damit zu kalkulieren und zu sagen, das nehme ich halt, das passe ich meinen Fixkosten an. Und eine ganz wichtige Geschichte noch, wenn die Aufträge bei dir sehr weit in der Zukunft liegen, beispielsweise in ein bis zwei Jahren erst abgewickelt werden, bei sehr großen Projekten ist es manchmal der Fall, dann kalkuliere nicht mehr den jetzigen Stundenlöhnen, sondern kalkuliere mit 10 bis 20% mehr, weil du weißt nicht, wie sich die Inflation entwickelt, aber es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt du 20% mehr deinen Leuten bezahlst, wenn sie real die Arbeit verbringen. Auch das ist eine Sache, die viele nicht am Schirm haben. Auch Material kann teurer sein zu dem Zeitpunkt. Wobei für Material kannst du im Normalfall noch vertraglich was festhalten. Für Stundenlöse ist es deutlich schwieriger. Also für Material war das ja gang und gäbe in der Zeit, als die Materialpreise so sprunghaft geschieden sind, als wir wirklich gesagt haben, Stand jetzt ist hier, ich habe aber die Option, noch das drauf zu schlagen, was ich dir nachweisen kann, was ich beim Herstellen mehr bezahle. Genau, das meine ich. Da musst du dann halt drauf achten, dass das in deinen Verträgen dann halt sicher ist, dass da eben diese Abweichungen dann auch mit eingepreist sind, beziehungsweise, dass das halt vertraglich schon von vornherein geklärt ist. Das ist deine Aufgabe jetzt direkt, du kannst einfach mal eine kleine Kalkulation für dich machen, wo du sagst, das sind deine Kosten, deine Realkosten, das sind die Aufträge ungefähr machst, da fühlst du dich wohl. Und dann wirst du vielleicht feststellen, okay, wenn du ganz ehrlich bist, weil die meisten kalkulieren sich ja diesen Sicherheitsspielraum nicht ein, das ist plötzlich 10% mehr, als du eigentlich sonst an Preis hast. Wie kriegst du das durchgesetzt? Also das bringt das Klientel doch gar nicht mit. In dem Moment sollst du dann sagen, okay, melde dich mal bei der A&M, dann sprechen wir mal. Wir haben ja sehr viel Erfahrung, wie man auch in höhere Klientel reinkommt, wie man gucken kann, dass man vielleicht nicht mehr den Kunden hat, der, keine Ahnung, das Terrassenlach oder die Küche für 10 oder 15 kauft, sondern vielleicht hat die für 20 bis 30 kauft. Und da ist dann die Preiselastizität auch deutlich entspannter. Da hast du halt nicht mehr, dass da wirklich auf den letzten Cent geschaut wird. Und da ist auch das Thema, dich dann zu fragen natürlich, aber das machen wir auch gemeinsam, wenn du das möchtest, was kann ich für Zusatzleistungen anbieten, die mich nicht viel kosten, die aber für den Kunden den wagenommenden Wert einfach nochmal 10, 20 Prozent höher gestalten und mit vielleicht auf 5 Prozent mehr Preis locker drin ist. Eigentlich eine relativ simple Geschichte, wenn man das mal überlegt. Sehr viel gesunder Menschenverstand, aber wie gesagt, viele sind da doch in den Reaktionsmodus und lassen sich da wirklich vom Markt sehr stark treiben und das ist eigentlich immer das Falsche. Weil wenn du auch reagieren bist, dann hast du nicht die Kontrolle und du willst das Unternehmerkontrolle haben. Deswegen bist du Unternehmer. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Gib gerne dein Feedback in den Kommentaren, schreib gerne drunter, was dich noch so bewegt. Ansonsten lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, damit wir sehen, dass dir das Ganze gefällt und lass ein Abo da, damit du in Zukunft nichts verpasst und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.